Nelkenöl. Nelkenöl verwendbar in der Naturheilkunde wie auch als Gewürz. Nelke ist eines der bekanntesten Küchengewürze. Nelke ist enthalten in einem geringen Maße in verschiedenen Gemüsegerichten oder auch in Gebäck. Nelke ist aber auch eine Heilpflanze und das ätherische Öl aus den Blättern ist das Nelkenöl. Also man nutzt die Samen, also die getrockneten Blütenknospen des Baums, sind die Gewürznelken und daraus kann man dann Öl gewinnen. Und zwar das ätherische Öl, sowohl der Blütenknospen als auch der Blätter, ist dann das Nelkenöl. Das Nelkenöl ist ein ätherisches Öl, wird also gewonnen durch die Wasserdampfdestillation. Nelkenöl kann man verwenden zur Schmerzlinderung, zur Desinfektion und auch zur Betäubung. Nelkenöl wird gerne in der Zahnheilkunde verwendet. Nelkenöl kann nachweislich Entzündungen im Mund und im Rachen reduzieren und hat auch einen schmerzstellenden Effekt bei Zahnschmerzen und Zahnfleischbeschwerden. Man kann Nelkenöl zum Teil direkt auftragen, zum Beispiel mit einem Wattebausch. Man kann es verwenden bei Entzündungen, man kann es verwenden eben auch bei Zahnschmerzen. Natürlich sollte Nelkenöl nicht den Zahnarztbesuch ersetzen, aber zum Beispiel, wenn du einen Zahnarzttermin bekommen hast, bis du dorthin gehst, kannst du mit Nelkenöl entweder spülen. Man kann auch einfach eine Nelke, also so eine Gewürznelke in den Mund nehmen und in der Zeit gibt dann die Gewürznelke ihre Inhaltsstoffe ab. Oder auch zur Reduzierung von Mundgeruch kann man auch Nelke verwenden. Oder auch nach der zahnärztlichen Behandlung, bis der Schmerz langsam weggeht, kann man auch Gewürznelkenöl verwenden. Nelkenöl kann man aber nicht nur zur Schmerzstillung verwenden, sondern wie gesagt eben auch desinfizierend. In dem Nelkenöl ist eben das sogenannte Eugenol und das ist bis zu 88% im Nelkenöl und das kann tatsächlich Bakterien und Pilze sehr schnell töten. Und so kann auch ein Belag auf der Zunge zum Beispiel durch Nelkenöl abgeheilt werden. Sogar Bakterien, die Entzündungen und Durchfall auslösen können, können auch durch Nelkenöl behandelt werden. Und so ist Nelkenöl gut geeignet, Erreger örtlich zu bekämpfen und man kann auch ein paar Tropfen von Nelkenöl einfach ins Trinkwasser geben, das man dann trinkt und das kann für Magen, Darm hilfreich sein. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass manche Menschen durch Nelkenöl auch Übelkeit bekommen. Gut, man könnte sagen, das hilft dann, um das Erbrechen zu induzieren, aber nicht jeder verträgt das so gut. Nelkenöl kann bei Magen-Darm-Verstimmungen hilfreich sein, aber nicht für alle ist es geeignet. Insgesamt kann Nelkenöl Gewebe reizen, insbesondere wenn es unverdünnt angewandt wird. Deshalb, ich hatte zwar gesagt, dass man mit Wattebausch auch Nelkenöl direkt aufs Zahnfleisch oder auch auf die Zungenwurzel auftragen kann, aber nicht für alle ist das geeignet. Genauso könnte man auch Nelkenöl auf die Haut auftragen, aber auch hier kann es reizen. Typischerweise sollte man, wenn man auf die äußere Haut Nelkenöl auftragen will, es entweder verdünnen oder in Fertigpräparaten aus der Naturheilkunde nutzen. Und insgesamt gilt natürlich, wenn man Nelkenöl verwenden will für Heil mit Eigenschaften, sollte man auch Rat von Arzt oder Heilpraktiker einholen. Und Nelkenöl bezieht man auch besonders gut aus der Apotheke und kann dort auch Ratschläge einholen, welche etwaige Nebenwirkungen und vor allen Dingen Wechselwirkungen es geben kann mit anderen Heilmitteln. Und dann wird es wieder einholen, welche Nebenwirkungen es geben kann mit anderen Heilmitteln.